Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gamerflow Video. Diesmal spielen wir, wie ihr es hier schon seht, das heißt Merch Ashes, das kann ich euch gleich jetzt hier in einem kurzen, das kann ich euch hier jetzt kurz zeigen. Und zwar kann man hier sich mit dem Geld Schütze kaufen, da kann man diese zusammenmixen, quasi, dann hängt man hier auf jeden Fall. Das ist aktuell mein stärkster und das größter ist, das zeige ich euch hier in einem Rezept. Das war jetzt ganz schön ein einfaches Level. In diesem Spiel kommt leider auch Werbungen vor, also nicht wundern, wenn da mehr oder weniger Werbungen auftauchen. Aber das werden mich jetzt noch interessieren, denn weiter gehts. Die ja hinten auf dem Elefant sind echt gut. Heute ist Amazon Prime Day. Zwei Tage voller Angebote aus den Bereichen Haushalt, Küche, Elektronik und mehr. Jetzt werden wir jetzt zum nächsten Level. Das ist eben gut. Warte. Ein bisschen nach dem Elefanten. Und jetzt ist das jetzt wieder auf dem Elefanten. Und jetzt ist das jetzt wieder auf dem Elefanten. Ein bisschen nach dem Elefanten. Dann treffe ich die am meisten. Weißt du was? Dann füge ich jetzt mal eine Luft-Taktik ein und einen Schlag. Da kannst du, falls du ihn mehrmals... Heute ist Amazon Prime Day. Zwei Tage voller Angebote aus den Bereichen Haushalt, Küche, Elektronik... Da kannst du die Leute dann besuchen. So. Ah nein. Jetzt gehts wieder zu den Wikingern. Ich geh in den Heisen, Leute. So. So. Bisschen zusammen. Mischen. Zwei. 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 Ich muss gerade noch etwas machen. Ich glaube, die Echse würde sich verliehen. Weil die Echse... Ah, Erlöpfe kommt doch nicht. Mein Schützer wäre fast tot und ich habe es trotzdem noch geschafft. So macht man das, Alter. Heute ist Amazon Prime Day. Zwei Tage voller Angebote aus den Bereichen Haushalt, Küche, Elektronik und mehr. Amazon Prime Day ist am 11. und... Aber heute ist es ziemlich gut. Oh! Doch! Was mir gerade auffällt, ist der zweite Juli. Ach mein Gott. Ich kann jetzt keinen mehr holen. Aber ich will nicht mehr holen. Achso. Der geht hoch. So Leute, ich bin wieder da. Ich muss kurz mein Essen holen. So. 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 Und so weiter. So. 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 Jetzt können wir wieder die Echse mitgegeben. So. Jetzt können wir wieder die Echse mitgegeben. zur Seite. So. So, ich muss das Video auf Livex wieder beenden, denn ich schieße ich ja noch ein Video für den generellen Kanal, Floßbrotter hochladen und mit der Bearbeitungszeit wird es auch wieder dauernd, aber also ich würde sagen, lasst ein dickes Daumchen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das Ganze feiert und ich würde sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal in zwei Tagen. Wir sehen uns, ciao!